Musik 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 Ich bin im Comedie-Entdeckung vom Jahr 1997 2000 2009 und 2013 Yes, hello! Ist es die NSA? Ich habe mein Passwort von meinem Computer vergessen Könnten Sie nicht von der alten Seite bei Ihrem Computer hinein und schauen ob das Mail schon angekommen ist und mir dieses Passwort durchgeben Ja, das haben Sie doch bei der Frau Dingsack gemacht Die Frau Dingsack Die Deutsche Er kann mir diesen Namen von der Sonny Merkel Ja, da läuft es wirklich super und jetzt kommt es noch besser denn jetzt habe ich sogar eine Managerin und es ist kein Vergleich zu vorher Ich sage, wie die Frau schafft, wie verrückt, dass sie mir Auftritt hinein holt Ich bin jetzt überall Ich bin dauernd unterwegs Ich war letztens sogar bei Jago Boy in der Sendung Da bin ich im Publikum gesessen Was macht uns Schweizer auf der ganzen Welt bekannt? Es ist unsere Umfänglichkeit Es ist unsere Umfänglichkeit Ich habe zwei sehr erfolgreiche Benimm-Anleitungsbroschüren für Zürcher Taxibar geschrieben Die Einde unter dem Titel Kannst ja laufen Sieh, das habe ich ja schon gemacht Ein Riesenchaos Auf meinem Computer Das ist gar nicht mehr gegangen Habe ich die Kisten gepackt? Ich bin nur straks in den ersten Kopf geladen Ich habe ihm gesagt, da machen Sie mal Jetzt hat er ruck-tuck mein Riesenchaos von dieser grossen Kiste auf so einem flachen äh, neuen äh, neuen Standbein Ich sage mir nach jeder Vorstellung Sie ist super gewesen Und was machen Sie von Beruf? Jetzt gibt es hier so ein Prostvolles App So, kannst du sehen was für die Schwerte und dann zeigt dir das App so, was für die Schwerte und so, hm Die Klassenlehrerin Versteigmeier die sagt ja eigentlich so ja, sie wissen nicht irgendwie, hm hm Ob so meine momentane schulische Probleme Ob das auch unwissenheitliche oder auch mangel dem Interesse Ehrlich gesagt ich habe keine Ahnung und es ist mir egal Und ich muss es Nein, das machen wir schon jahrelang nicht mehr Jammer, ich bin zurückgekommen zu der alt bewährten Methoden der Wurzelbehandlung Back to the Roots Musik Schön seid ihr hier Mein Name ist Margit Borne und ich komme nicht lustig und auch nicht Dann auch danke